Der war schon ein überrundet, äh überholt meines, hm hm, nicht überrundet. Oh Gott, mehr weh nimmt davon, dass ich nicht. Endlich! Finishing! Jawohl! Ah, ganz schwier war das Ende. Mission complete! Warum bist du nicht dort? Ist der Sound wieder, glaube ich nicht? Für das Minimum Es ist ein Witziger, oder? Wow, was eine Kante. Was kann ich hier? Oh, wie soll ich hier sein? Was soll ich hier sein? Ich bin der beste Stadler in der ganzen Welt! Das ist nicht so, Alex. Ich habe die 510s, ich bin der V8. Und mein eigener Freund ist hier die Regeln. Wie sieht das aus? Ich habe Leute zuerst, die auf die Seite zuerst. Also, was machen wir? Ein Typ namens Shit, bevor ich noch nie mitgekommen habe. Ich muss ihn fragen, ob du deine Fragen über Geld gehst. Also warum bin ich hier? Warum nicht einer von deinen 5 Pains? Also du kannst fahren. Wenn ich Shit zurück in die Linie verleihen möchte, dann möchte ich den besten Dropper, den ich habe, um ihn auf der Runde zu brennen. Und ich habe dir eine Chance, dass das alles ernsthaft zu nehmen. Oh Gott. 32 Sekunden. Fuck, da haben wir jemanden ermordet. Ich nehme. Er wird demoniert. Los. Los. Willkommen zu Detroit. Wohoo. Ich bin nicht mehr grüß. Das war's für mich. Ich bin nicht mehr grüß. Das ist der Mann. Bleib unter anderem. Was ist der Mann? Wann machen wir jetzt, Nido? Wird der abgeknallt? Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Der Mann braucht Hilfe. Was ist der Mann? Das war wunderschön. Fünf Jahre später, Dayton ist tot, unser Bruder. Nesido's Bruder. Und wir sind auch klein. Immer noch. Oder wieder. Wir können uns helfen. Wir kennen diese Leute, richtig? Natürlich. Natürlich. One killed your brother. The other framed you for his murder. Here's the deal. I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, a.k.a. Ship. Leader of the 510 Motor Club. I'm in. You've got eight more years in here. You can wipe that slate clean. Clear your name. I said I'm in. Okay. You're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. I'll be in touch. I'm keeping this. Whatever gets you stoked. Okay. Die, die uns davon abgehalten hatten, unserem Bruder zu helfen. We have a budget for this operation, Alex. But it's limited. I've given you enough cash to buy and set up your first ride. Spend it wisely. After that, you'll have to fund upgrades yourself. They're all available to test drives, so take them for a spin if you're unsure. Oh, so we have... What? ... ... ... ... ... This is so good. I'll carry you in. Oh, good boy. I'll carry you in. 4.000 oder nicht? Habe ich ihn gebuht? Jawohl! Der Hammerfurt Mustang! Der Hammerfurt Mustang! Wie geil ist ein Detsch? Ja! Alex, es gibt so viele Fahrradfahrer in der ganzen Welt. Es gibt 510-Tuner in der ganzen Welt, die spezialisieren in verschiedene Fahrrad modifizieren. Als diese Operation progresses, Sie müssen diese Fahrrad nutzen. Aber für heute, wir können Sie einen Street-Ride. Street-Spec Fahrrad sind leicht modifizierte Fahrräder, gebaut für Street-Racing und für die Öffnung der Öffnung der Öffnung. Das ist die meisten 510-Ride für eine Grunde. Street-Spec Fahrrad ist die erste Wahl für Cross-Country-Ride. Okay, äh... Das hier sind Tuner. Das sind Diener. Aber... Das ist ein Schabock auf New York, Bitches. Und aus diesem Grunde... ...fahren wir... ...nach New York... Das ist Central Park... ...Bronx Harlem Shake... ...Schönertown Brooklyn... ...Aber noch in Richtung E. ...Durch Harlem Shake... ...und dann... ...das ist immer da... ...das ist immer da... ... immer ein Tuner... ... affects mal einen Tuner. I'll sende eine Location zu eurem Telefonen. ...Call me, als du bereitestuchst. ... ... Wie ist deineast viel서hing? Sind wir gleich auch weg? Ne tea? Okay... Entschuldigung... ...ウ hospепone Verpackung... ...OME DRU Brexit. Ich muss sagen, auch wenn wir jetzt Sido spielen, ne, auch wenn wir jetzt Sido spielen, das ist schon der Weg, Mensch, kann sie doch passen oder was? Die Story ist auch schon gut. Ziemlich gut. So hat Bock da doch wieder, ne? Hut ab! Das spielen muss ich nicht. Das hab ich ja heute Morgen schon gesagt. Heute Morgen. Was siehst du? Geil. Wir werden mal so eine Relle machen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Was ist das? 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 Das ist das? Was ist schon da? No parts for future. Okay. Undeckling in Sek. Vergellung. Der Radius. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Oh cool. Oh, ich weiß nicht. We got a thing, not my head. Sore is gone, oh I am. Damn. Last one I can't find. Again? Very cute. Level up! Jawohl! Level up! Wohl! Level 99, klar warum? Let's go. Let's go. Let's go. Oh, what do they do? Oh no. Oh no. Uh, do you want to... wait... There's a second. There's a second. Oh, wait... There's a second. What do they want? Oh, dann steht der da. Alter, verpiss mich. No. Go. Yo. I love you, I love you. I want you back home, I need to take a lot of attack. I need to drag on him, just to jump. Get down, I need to get. Oh. Doch so, jetzt L.A. haben wir schon L.A. gesehen und New York, was hat Gott. Miami, das weiß ich nicht, ob ich gerade nach Schöpfung bin. Nämlich 12 Uhr bis 14 Uhr, kann mich ja noch pass auf liegen. Wenn ich ehrlich bin, will ich nach New York eigentlich mal ein paar Rennen machen, oder? Ja, kann man machen, GOAT! Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können, wenn man hier läuft. Ansonsten kann man fast travel, oder? Aber da muss ich nicht. Und ab der Hölle, kriegst du L.A.? Die Mauten. Die Mauten. Detroit. Und New York. Miami. Dann musst du euch den Spielen kaufen. Oder eben, das geht erst einmal. Die Töten würde ich nicht sagen. Oh Gott. Ist halt ein bisschen öde. Weil da ist ein L.A. gebaut. Von da nach da. Aber wir haben den Schritt danach halt gescheitert. Und von da nachher geht man nicht leckern. Es ist halt nicht schade, dass wir die Räder sind. Zeit! Ist er längert? Aber so ein Schnellicht kriegt zehn Jahre zurück. Hm. Hm. Es ist halt... Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Die Mauten. Full Stock House. Ja, toll. Weiß ich doch nicht. Das ist da izquierde. Es gibt einen tongueint. Der Hack's hin. Weiß ich weiß natürlich. Die Bank! Oder hat sich mal gerne. Ein Tier. Nein, nein. Dein Ihr... Ups, holt lieber hier mein Waffan. Boah, ich will mal gucken. Wenn wir gehen.